Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Oh, ich bin morgens viel zu früh aufgewacht. Und Gott hat mir direkt einen Gedanken für dich aufs Herz gelegt, den ich zuerst beiseite geschoben habe, weil ich weiter schlafen wollte. Doch als ich meine Bibel aufschlug, fiel mein Blick direkt wieder auf diese Stelle. Dein Urteil fiel zu meinen Gunsten aus. Was Gott dir heute klar und deutlich sagen möchte, ist, ich bin für dich. Ich führe deine Sache. Ich werde das, was du gerade durchmachst, zu deinen Gunsten ausgehen lassen. Und Gott möchte, dass du verstehst, dass du wirklich für alles beten darfst und sollst. Nicht erst, wenn die großen Katastrophen eintreten. Er möchte dich auch im Alltag erleben lassen, wie gut er es mit dir meint. Erleben lassen, dass er deine Sache führt und du dir nicht ständig Gedanken machen musst, oh Mann, wie bekomme ich das alles geregelt? Ein Beispiel aus meinem Alltag. Wir hatten ein Familientreffen abgemacht und eigentlich den Samstag angepeilt. Ich hatte mich so darauf gefreut, weil ich meine Familie lange nicht gesehen hatte. Doch leider konnte die Mehrheit nur am Sonntag. Nur ich konnte da nicht. Und ich kam nicht dazu, mich darum zu kümmern, eventuell doch noch etwas zu verschieben, um dabei sein zu können. Denn ich hatte an diesem Tag gleich zwei Predigten vorzubereiten, die nicht warten konnten. Und abends, als ich mit allem fertig war, landete eine WhatsApp-Nachricht in unserem Familienchat. Bei uns hat sich alles verschoben. Wollen wir uns doch am Samstag sehen? Mir wurde warm ums Herz. Glaub mir, während du dich um seine Sache kümmerst, kümmert er sich um deine Sache. Und das zu deinen Gunsten. Es ist ein kleines Beispiel seiner großen Liebe. Ergreife sie. Bete über alles, die großen und die kleinen Dinge in deinem Leben. Denn Gott ist für dich. Er möchte das, was du gerade durchmachst, zu deinen Gunsten ausgehen lassen. Danke für dich. Von der Hoffnung zum Wunder. Auf gottkennen.de findest du Antworten auf verschiedene Fragen. Menschen, die von ihren persönlichen Storys mit Gott erzählen und sogar die Möglichkeit, an Online-Kursen teilzunehmen.